Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge vom Deckcheck. Hier noch einen kleinen Einwurf, bevor wir direkt loslegen, es tut mir erstens mal leid, dass letzte Woche der Deckcheck ausgefallen ist, aber das Video, das da zu diesem Zeitpunkt kam, war mir extrem wichtig. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dort oben in der Informationsbox findet ihr dieses Video. Zusätzlich noch eine kleine Entschuldigung, dass es jetzt diesen Dienstag keine Abstimmung gab. Ich habe die des letzten Dienstags genommen und dort ist ja leider auch einiges schief gegangen, denn irgendwie hat YouTube das nicht gespeichert oder ich hatte zwischendrin einen Disconnect oder keine Ahnung. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich die Abstimmung mit reingepackt habe. Trotzdem nochmal vielen, vielen Dank an all die Leute, die es in die Kommentare geschrieben haben oder dann nochmal in die Abstimmung reingegangen sind und abgestimmt haben. Wir checken, oder besser gesagt, ich checke heute für euch den Steel Priest durch. Und dieses Deck ist wirklich interessant und ich habe einfach gemerkt, dass es eins der witzigsten Decks ist, die man spielen kann, wenn man gegen Kombo-Decks spielt. Und hier natürlich nochmal ganz wichtig der Disclaimer, der große Aufruf. Leute, das ist ein Fun-Deck, es soll Spaß machen. Also wundert euch nicht, wenn ihr damit nicht absolut die Meta climben könnt, sondern einfach nur Spaß habt. So, schauen wir uns also mal an, was soll denn der Steel Priest überhaupt machen? Genau das, was es eigentlich sagt, ihr wollt dem Gegner Karten klauen. Und diese Karten bekommt ihr über Mindvision, Seance, Madame la Soule, Ford Steel, etc., etc. Dazu nochmal später mehr. Zusätzlich, warum habe ich gesagt, hey, das Deck ist super geil zu spielen gegen Kombo-Decks. Werdet ihr im Gameplay sehen, ich habe da dem Gegner die komplette Kombo einfach nur aus seinem Deck gesogen und er konnte nicht mehr gegen uns gewinnen. Es war einfach absolut bombastisch, hat super viel Spaß gemacht. Und man merkt halt einfach, dass dieses Deck wirklich da ein extrem guter Counter ist. Also es ist jetzt nicht mal so, dass das Deck absolut kacke ist oder sowas. Trotzdem muss ich sagen, man hat so seine Probleme, wenn der Gegner high-rollt. Man hat so seine Probleme, wenn der Gegner extrem aggressiv gegen euch spielt. Da müsst ihr wirklich gute Draws haben, müsst euch schnell auf eure Hero-Ability verlassen können oder besser gesagt auf die verbesserte Hero-Ability durch die Quest. Aber nichtsdestotrotz macht es halt einfach Spaß, dieses Deck zu spielen. Es ist relativ konstant, ihr könnt dem Gegner wirklich viel aus den Taschen ziehen und müsst halt damit versuchen dann zu arbeiten, denn ihr habt indirekt eigentlich keine Win-Condition. Fangen wir aber jetzt einfach mal an mit dem eigentlichen Deck-Check. Und zwar gehen wir mal auf unsere Steel-Karten ein, oder besser gesagt auf unsere Steel-Spells. Denn wir haben hier Mindvision, put a copy of a random card in your opponent's hand into your hand. Für ein Mana, super geil, ihr könnt im Early-Game direkt erstmal das Early-Game des Gegners euch kopieren. Dann natürlich noch Cloning-Device, kostet auch ein Mana. Extrem stark, weil damit habe ich mir tatsächlich die Kombo des Gegners aus seinem Deck rausgeholt. Und super geil, einfach nur um wirklich solche Kombo-Pieces nochmal zu suchen. Die meisten Kombos funktionieren ja auch über irgendwelche Spells, über irgendwelche Minions. Deswegen, richtig, richtig starke Karte. Kann man auch gut im Early-Game spielen. Man muss immer nur darauf achten, gerade gegen Aggro-Decks ist das vielleicht nicht die Karte, wo man auf der Starthand behalten sollte. Sieht aus, extrem stark. Ihr könnt eure eigenen Minions damit kopieren, ihr könnt gegnerische Minions damit kopieren und euch nochmal eine dieser Karten auf die Hand zurückbringen. Und Thoughtsteal kopiert zwei Karten aus dem gegnerischen Deck und bekommt die auf die Hand. Extrem cooles Ding, weil ihr einfach nur Value meistens da rausbekommt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euer Deck hier anschaut, dann ist das relativ viele Spells, relativ schlechte Minions von den Stuts her. Und der Gegner, die meisten Decks, die momentan gerade existieren, spielen halt wirklich so High-Roll-Minions, wirklich starke Minions. Und wenn ihr die halt einfach rausziehen könnt und damit noch zusätzlich einen Card-Draw euch generiert, denn Thoughtsteal tauscht eins gegen zwei, ist das schon eine sehr, sehr praktische Sache. Wir gehen weiter zu unseren Steel-Minions. Und dabei haben wir Camellios. Er verwandelt sich am Anfang jedes Zuges in eine Karte, die unser Gegner auf der Hand hat. Und damit können wir halt auch zum Beispiel Combo-Pieces bekommen, können ein gutes Early-Game uns generieren und so weiter und so fort. Tatsächlich ist eigentlich ein klassischer Steel-Minion, möchte ich es mal sagen. Grokari Trickster, give each player a copy of a random card from their opponent's deck. Wirklich auch eine starke Karte spielt man ja nicht nur jetzt hier in diesem Steel-Deck, sondern ich habe es jetzt auch in einigen anderen Decks schon gesehen, einfach weil diese absoluten Value-Minions ja momentan echt in fast jedem Deck vorhanden sind. Und wenn man sich da vielleicht einen stärkeren Minion irgendwie rauspullen kann, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Mischief Maker, ein bisschen der Random-Faktor hoch 50, möchte ich einfach mal ihn nennen. 3-Mana, 3-3, swap the top card of your deck with your opponent. Extrem lustig einfach nur. Ihr könnt damit, dadurch, dass ihr wirklich eine komplette Karte aus seinem Deck rausnehmt, sogar Kombos komplett zerstören. Madame Lasul, Battlecry, discover a copy of a card in your opponent's hand. Ihr versucht also eine Wing Condition oder sowas in die Richtung hier zu suchen mit Madame Lasul oder vielleicht auch einfach nur AOE-Removal. Einfach was, um euren Gegner ein bisschen abzufacken. Dann kommen wir weiter zu unserem Single-Target-Removal, denn wir müssen ja auch das Early-Game relativ stabil überleben. Dabei haben wir Forbidden Worlds. Es ist jetzt nicht nur eine Early-Game Single-Target-Removal-Karte, sondern auch eine Late-Game-Removal-Karte. Für null Mana, oder besser gesagt, all euer Mana, das ihr noch übrig habt, könnt ihr einen Minion zerstören, der so viel Attack oder weniger hat. Sehr, sehr praktisch spiele ich hier auch als One-Off und wir kommen da auf die Karte nochmal zurück, denn sie ist auch ein bisschen eine Tag-Card, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich sie hier als Tag-Card jetzt mit reingenommen habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ich empfinde es so, dass man theoretisch sie zweimal spielen könnte. Man muss aber gucken, wie das halt ist mit der Meta, in der man sich momentan befindet. Und ich glaube, bei den Tag-Cards habe ich zwei andere mit reingenommen, die ich als wichtiger empfand. Ja, das ist aber mal im Hinterkopf. Forbidden Worlds kann man da auch mal gerne als Two-Off spielen. Shadow World Pain, Single-Target Removal im Early-Game, Shadow World Death, Single-Target Removal im Mid-Game und euer Convincing Infiltrator. Er zerstört eine Kreatur, wenn er stirbt, hat zusätzlich noch Taunt. Das heißt, also, die Gegner müssen auf jeden Fall durch ihn durch und töten damit noch zusätzlich eine eigene Kreatur. Er ist eigentlich auch so mit das wichtigste Minion, das euer Pomp wieder resurrecten kann. Kommen wir weiter zu unseren Mass-Removal-Casts oder zu unseren Mass-Removal-Spells. Wir haben einmal Mass-Hysteria, ein bisschen Random-Faktor mit reinbringen, Forsage-Minion to attack another random Minion und Plague of Death, also One-Off, super starke Kale, 9 Mana, Silence and Destroy All Minions. Absolut bombastisch, wenn ihr gegen irgendwas mit Deathrattles oder sonst was spielt. Damit kann man wirklich gut arbeiten. Dann kommen wir zu unserem Quest-Package. Und bei diesem Quest-Package muss ich dazu sagen, man kann es spielen, man muss es aber nicht spielen. Ich habe mir nach einigen Spielen gedacht, also ich habe natürlich wieder mal getestet, bevor ich das Ganze hier aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, hey, wir brauchen irgendwie noch eine theoretische Win-Condition, weil wir besitzen in diesem Deck eigentlich keine eigene. Und bevor wir dann halt wirklich rumgimben und wir dann halt in Fatigue gehen und dann die ganze Zeit healen und eigentlich nichts erreichen, spielen wir doch lieber die Quest. Die Quest verbraucht nur einen einzigen Kartenplatz hier in diesem Deck und das macht uns überhaupt nichts aus, wenn wir sie erfüllen, bringt sie uns dafür Value für 10, möchte ich einfach mal sagen. Dieses, wir können über Obelisk Eye 3 Health heilen und eine Kreatur plus 3 plus 3 geben, ist einfach ultimativ stark und kann uns oftmals den Win einfach geben. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, einen Pomp oder sowas, dass der anstatt 3-1 plötzlich 6-4 ist, das ist halt einfach mein Wort, Leute. Dann natürlich Questing Explorer, zieht uns eine zusätzliche Karte, ist ein Card-Draw, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir noch unsere Minion-Supportive-Cards, natürlich Quests hier mit dabei, habe ich schon erklärt. Power-Shield bringt euch eine Karte und nochmal plus 2 Leben auf eine Kreatur, die wir oder unsere Gegner kontrollieren. Und Psy-Pomp habe ich jetzt auch mal als Minion-Supporter mit reingestellt, denn er resurrected ja förmlich einen Friendly, also einen freundlichen Minion von euch, der gestorben ist in diesem Spiel und gibt ihm dann auch noch Reborn. Also absolut krank nur. Dann geht es weiter mit unserer Win-Condition und hier habe ich es ja gerade schon angesprochen. Unsere Activated Obelisk ist unsere haupteigene Win-Condition, die wir in unserem Deck spielen. Ansonsten haben wir eigentlich keine wirkliche Win-Condition, denn Ford Steel und Azulina Soul Thief spielen alle darauf an, dass wir das gegnerische Deck auseinandernehmen oder besser gesagt ihm die Win-Condition klauen. Oder sie kopieren, besser gesagt. Ansonsten haben wir da keine wirkliche Chance auf eine eigene Win-Condition, außer Obelisk. Und dann habe ich hier jetzt noch zwei Tech-Cards mit reingenommen, nämlich Plague of Death und Mast Dispel. Warum Mast Dispel? Weil Taunt momentan gar nicht so beliebt ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Klar, Mechs sind gerade immer so ein Ding, aber das schwankt auch immer sehr, sehr stark. Momentan sind ja zum Beispiel auch Murlocs wieder extrem gut in der Meta drin oder dieses Secret Hunter Deck oder Secret Hybrid Hunter Deck, wie auch immer man das Ganze nennen will oder was man halt auch spielt. Das sind halt solche Karten wie Mast Dispel einfach nur Crap. Aber sobald man wirklich gegen irgendwie was, was in die Richtung Taunts geht, was in die Richtung Death Rattle, Mechs, die sich magnetizen und so weiter und so fort geht, da spielt man auf jeden Fall Mast Dispel. Vielleicht sogar ein Tour-Off, müsste man sich überlegen, weil meistens sind halt die Mechs dann relativ kleine Dudes, die halt immer größer gebufft werden. Wenn man die halt einmal Mast Dispel, dann sind vom Gegner irgendwie sechs Karten verschwunden für euch, die für euch dann vier Mana gekostet haben, um sie zu removen. Super, super starke Karte. Überlegt euch also da, ob ihr One-Off oder Tour-Off spielt. Genau dasselbe ist eigentlich bei der Plague of Death. Es triggert keine Death Rattle, es triggert nichts irgendwie, was wichtig ist. Durch diesen Silence und alle Minions werden direkt nochmal zerstört. Es war eine sehr, sehr teure Karte, deswegen hier in diesem Deck auch nur ein One-Off. Und ihr könnt euch überlegen, hey, spiele ich vielleicht ein anderes Removal? Spiele ich vielleicht hier Holy Nova oder sowas, wenn ihr nur gegen Aggro-Decks spielt? Oder vielleicht sogar noch eine zweite Plague of Death, wenn ihr nur gegen extreme Late-Game-Decks spielt? Dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Müsst ihr euch aber natürlich selbst überlegen, wie ihr das machen wollt. Als kleinen Zusatz möchte ich hier jetzt nochmal mit reinbringen. Überlegt euch das nochmal, wie das Ganze aussieht mit dem, jetzt habe ich den Namen der Karte leider hier vergessen hier, mit dem Verbind-Words. Ihr könnt es hier zusätzlich als Tour-Off natürlich auch spielen, aber das ist halt auch wirklich so eine kleine Tech-Car, die man hier noch mit erwähnen könnte. So, und das wird es also gewesen sein mit dem Steel Priest. Wir haben hier 11 Kreaturen drin, 19 Zauber und das Ganze kostet 9.440. Das ist also wirklich okay für ein Fun-Deck, in Anführungszeichen. Macht auch extrem viel Spaß zu spielen. Die meisten Karten hat man eh schon rumliegen, wenn man wirklich eine längere Zeit Half-Stone spielt. Das sind ja so die typischen Priest-Legendaries, die eigentlich in fast jedem Deck gespielt werden, zumindest Madame Lazul und die Quest. Und ich möchte mich hier ganz recht herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß hier jetzt beim Gameplay. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr das Deck selber spielen wollt, guckt unten in die Videobeschreibung rein. Da poste ich euch den Code zum Deck, den ihr kopieren könnt in House-Stone einfügen. Und dann habt ihr das komplette Deck, falls ihr die Karten besitzt. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was schönes in die Kommentare, wie zum Beispiel neue Decks, die ich mal durchchecken könnte. Vor allen Dingen lustige Decks würden mich da interessieren. und lasst auch gerne ein Abo da. Das würde mich freuen. Und supportet mich natürlich auch. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Bis denn dann. So liebe Leute, los geht es mit dem ersten Game. Tut mir leid, dass ich jetzt hier erst rein starte. Aber irgendwie hat mein OBS gerade nicht aufnehmen wollen. Erstes Matchup gegen einen Priest. Und wir behalten natürlich hier unsere Quest mit am Start. Haben jetzt hier Power-Word-Shield und Power-Word... Äh, doch Power-Word-Shield und Shadow-Word-Pain mit am Start. Power-Word-Shield maligen wir aber erstmal weg, weil wir keinen Minion jetzt aktuell zur Verfügung haben, über das wir arbeiten könnten. Ich denke einfach mal gegen einen Combo-Priest ist ein relativ interessantes Matchup. Okay, er ist auch Quest-Priest. Ähm, da wir eben sehr, sehr wichtige und sehr, sehr coole Karten einfach stehlen können. Sowas wie den, ähm, Injured Blade Master zum Beispiel oder so. Das sind sehr, sehr starke Karten, die wir uns rausziehen können und über die wir halt einfach agieren können. Questing Explorer kommt erstmal jetzt hier raus für zusätzlichen Draw. Und wir können jetzt eigentlich schon so gut wie alles platt machen, dass er hier rausspielen möchte. Wir haben eine Mass-Remover, wir haben eine Single-Target-Remover und wir haben den guten Mechiever-Maker. Das ist halt so eine Karte, die bringt halt einfach die absolute Randomness in dieses Deck mit rein. Er entscheidet sich dagegen, dass er irgendwas hier macht an dieser Stelle. Möchte wahrscheinlich auch das Maul kriegen von uns und das wird auch passieren. Wir tauschen aber jetzt erstmal die oberste Karte unserer Bibliothek gegen die oberste Karte seiner Bibliothek. Und schauen mal, was er jetzt hier gezogen hat. Oh, ich hoffe einfach nicht, dass er so wirklich den absoluten Lucky-Draw hat oder so, sondern vielleicht irgendwie was wie Forbidden Worlds, obwohl Forbidden Worlds ist schon gar nicht so schlecht. Aber irgendwas Schlechteres auf jeden Fall. Okay. Oh, wir haben Muerte gezogen. Oh, das ist halt ridiculous. Nice. So, wen holen wir uns noch? Wir holen uns Vargoth. Oh mein Gott. Spielen, Vargoth. Bitte nicht den Coin, sondern den Discover. Goddammit. Goddammit. Das heißt also, wir spielen jetzt hier Resurrect Priest, Leute. Oder besser gesagt, wir stielen uns den Resurrect Priest hier zusammen. Das ist halt super cool, einfach nur. Das ist halt wirklich einfach nur super stark. Okay, Master Spell. War für ihn wahrscheinlich ziemlich wichtig. Mindwish. Ja, komm, gib mir mal noch ein paar gute Karten von dir. Ah, der Pump. Okay, dann pompen wir hier mal ein bisschen. Ah, das ist eigentlich ziemlich gut. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Wenn er jetzt hier auf Mars Hysteria geht, ist es natürlich mein komplettes Board weg. Aber er entscheidet sich für Celiacs. Kann sich also hier ganz gut healen. Und ich kann auch verstehen, warum er hier wirklich über Celiacs so viel arbeitet. Oder warum die Leute hier so viel Celiacs spielen. Weil er jetzt auch gut auf seine Quest weiterarbeiten kann. Wir holen uns noch mal eine Karte von ihm. Es ist nochmal der Pomp. Okay, dann payen wir ihn. Hitten ihn hier. Healen uns. Machen einen Turn. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Situation, wo ich wirklich sagen kann. Hey, es sieht jetzt nicht schlecht aus oder sowas. Wir kriegen gerade einen ganz guten Damage Output. Also sieben pro Turn ist jetzt nicht das wenigste. Er müsste sich irgendwie dagegen wehren. Irgendwie dagegen healen oder sowas. Und seine ganzen krassen starken Minions sind natürlich jetzt ein bisschen, ja, uninteressant geworden. Obwohl ihr halt echt sagen müsst, Celiacs kann halt da jetzt einiges machen. Der kommt jetzt halt immer wieder auch durch den Pomp und sowas. Kann er mit dem halt weiterhin arbeiten. Wir müssen ihn hier uptraden. Haben wir eine Alternative, wie wir den irgendwie wegkriegen könnten. Ein zweites Shadow World Pain wäre halt nicht schlecht. Eine Plague of Death können wir noch nicht spielen. Ich glaube tatsächlich, wir... Wir hitten hier rein. Oh lol, der kommt jetzt mit Divine Sheet auch noch wieder. Das sagt natürlich. Ja, dann kommt ein Assistivier raus. Und jetzt stirbt er. Das Gute ist halt, unser Vargoth stirbt jetzt dazu auch noch. Das Problem ist, seine Quest ist damit activated. Uff, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber wir haben den 3-1er noch am Start, der überlebt hat. Wir haben nur zwei Leben geheilt. Aber das ist halt gar nichts. Das ist halt gar nichts. Das Celiacs hat hier einen richtig, richtig starken Job gemacht. Und den zu resurrecten war halt auch übelst insane. Einfach nur. Das war ein echt, echt starker Play. Komm, nochmal ein Pomp. Als ob. Lucky Typ, hey. Lucky, lucky Typ. Ja, die Plague of Death wird wahrscheinlich dementsprechend bald rauskommen. Weil wir sonst darüber... Sonst hier einfach nicht mehr so viel machen können. Gehen wir darauf. Was ziehen wir dann raus? Wir würden... Nichts Gutes rausziehen, gell? Was ist unser stärkstes Minion, was wir rausziehen können? Actually, haben wir halt echt keine so guten Minions. Ja, komm, gehen wir mal hier drauf. Bock, bock! Kill. Buff. Uh, Madame Lazul. Hello. Hello, hello. Er bufft ihn wieder. Das größte Problem ist momentan halt einfach, dass sein Pool gefüllt ist mit Siliaxes und Pomps und sowas. Und mein Pool halt momentan daraus besteht, dass wir drei Fünfer, drei Einser und so einen Müll da drin haben. Also, ich habe eigentlich gedacht, wir haben echt eine ganz gute Chance. Aber dass der Siliax halt dann über den Pomp dann nochmal rausgespielt wird und wir halt nicht aggressiv genug waren, ist halt ein bisschen... Wir müssten jetzt wirklich viel Glück haben mit den ganzen Steals und sowas, dass wir AOE-Removal ziehen. Dass wir seine zwei Nine-Drops einfach denyen können, die er hier an den Start bringen wird. Aber, naja, Leute, es ist halt ein Fun-Deck. Das bedeutet nicht, dass es absolut broken ist oder sowas, sondern dass es halt einfach nur lustig sein soll. Und wenn wir den Gegner halt mal mit gestohlenen Sachen töten können, ist es halt schon ziemlich nice, muss man sagen. So, jetzt komm schon. Was hast du hier? Wo bin... Wow. Okay, das ist... Das war teuer, Alter. Das war richtig teuer. Einfach nur Thoughtsteal. Hello. Gib mir mal zwei deine Kerlchen. Was hast du da? Oh, ein Silence? Hm, das tut mir aber jetzt natürlich leid. Oder töte ich ihn einfach? Sechs Mana, er kostet fünf. Ich kann ihn einfach töten, gell? Ich kann ihn einfach töten. Und jetzt muss es sein Mars Resurrect spielen. Daraufhin haben wir dann die Plague of Death. Okay, oder der Dude. Das ist natürlich auch echt ein neuer Cloning-Device. Nochmal den Vargoth. Ja, oder? Ne, den hier. Wir healen uns dann endlich mal ein bisschen. Oder wollen wir noch einen zweiten Vargoth in unseren Death Pool reinpacken? Plague of Death Nummer 2. Okay, damit haben wir eigentlich unseren Gameplan vorbereitet, möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Wenn er es jetzt weiterhin versucht, immer wieder irgendwelche Dudes rauszubringen, ist das für uns vollkommen fein. Wir healen uns jetzt hier um drei, gehen damit hoch auf fünf, dann gehen wir hoch auf acht. Er kann jetzt seinen Dude healen, tötet aber Lasul nochmal, kann ihn aber nicht nochmals angreifen. Und in dem ersten Zug silencen wir ihn einfach runter. Oh, der kann trotzdem nochmal angreifen. Schweinerei, Leute. Schweinerei. Es kostet halt übel viel, aber wir machen es trotzdem. Questing Explorer, das ist schön. Den nehmen wir mit raus. Ziehen noch eine Karte. Mastisch Spell Nummer 2. Healen. Ich glaube, Seehoos möchte ich auf was anderes spielen. Seehoos möchte ich auf was anderes spielen. Komm, ich warte nur, dass du dein Aoe castest hier. Jetzt mach es doch endlich mal, dass ich meine Ruhe habe. Okay, er hält uns trotzdem noch für Sex. Das ist voll. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt? Ich würde gerne den Dude haben. Möchte aber gleichzeitig auch pompen. Das heißt also, erst mal spielen wir einen Pomp. Pomp it out. Oh, wow. Das ist schon ziemlich geil. Dann holen wir uns den Kollegen auf die Hand. Silenzen einfach nochmal alles. Zweites Seance ist gut. Hitten ihn. Machen einen Turn. Sind auf 14. Er kann... Ja gut, er könnte lethal haben, theoretisch. Er könnte lethal haben, theoretisch. Muss aber nicht sein. Okay. Obelisk. 6. 3. 5 Damage fehlen noch. Mein Blast ist leider nicht mehr im Game. Leroy Jenkins könnte kommen. Infiltrator. Hello. Nochmal ein Pomp. Ja, da hätte ich mal gesagt... Was machen wir denn jetzt? Wir gucken erst mal, wie die Trades hier stattfinden werden. Oh, ist okay. Er kann ihn buffen. Dann haut er hier einmal zu und haut noch mal zu. Dann heilen wir uns. Komm, wir pompen erst mal. Ach komm, als ob. Ah je, Miné. Hey, also was ist denn das hier? Die ganze Zeit The End beginnen. Wisst ihr, ich möchte halt einfach nicht, dass ich hier jetzt eine Plague of Death verschwende. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat einen Rush Minion. Also entweder ihn hier nochmal, der ihm nur über den Buffers hilft. Oder aber er hat halt Leeroy. Also einen Charge Minion. Mars Hysteria. Okay. Ey. Okay. Wir überleben immer noch. Haben die Quest jetzt aktiviert. Edit uns für neun. Divine Hem. Ich müsste hier wahrscheinlich plägen, gell? Okay. Die Sache ist halt immer noch die, dass er theoretisch sein Mars Resurrect spielen kann. Ihn zu Tode klopfen und ich dann daran sterbe. Aber das wäre so oder so passiert. Also wenn er jetzt wirklich dieses Mars Resurrect hat und zwei Rush rauskriegt. Oder hat er nur ein? Ne, es müssten zwei gewesen sein, gell? Ne, oder war das immer nur dasselbe? Aber dann kann er auf jeden Fall seine Hero Ability nicht mehr nutzen. Dann kann ich einmal eine Plague of Death spielen und dann sind wir halt wieder relativ fine. Also wir haben uns jetzt hier schon... Ich muss wirklich sagen, gegen dieses Deck haben wir bis jetzt sehr gut performt. Wir haben zwar nur zwei Leben und diese zwei Leben sind jetzt auch nicht wirklich gut oder sowas, aber... What the fucking shit, Alter. Ist es dein Scheiß Ernst? Nein. Nein, ey. Das kann doch jetzt nicht sein, Alter. So, wie kann man so unlucky einfach nur sein? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich wette mit euch hundertprozentig, hätte er nicht Triple Celiacs rausgekriegt. Ich meine, bei ihm sind nur bis jetzt drei Celiacs gestorben, gell? Drei Stück und er hat Triple Celiacs rausgezogen. Einen anderen Minion, ein Minion, der keinen Rush hat. Er hatte zwei oder theoretisch vier Stück im Pool von zehn. Dann hätten wir das Game noch rumgerissen, Leute. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil wir hätten dann jetzt Plague of Death gespielt, hätten unser Leben dann wieder regeneriert. Dann hätten wir über unsere Hero Ability, hätten wir die ganzen Dudes dann hochheilen können, die wir rausspielen. Wir hatten sogar noch die Möglichkeit, Azelina oder sowas zu spielen. Also, uff, das war jetzt ein trauriges Ende, Leute. Triple Celiacs hat ihn wahrscheinlich genauso verwundert wie mich. Aber naja, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht in Game Nummer zwei. Bis gleich. So viel Glück wie diese Priester musste man auch erst mal haben. Also, holy shit, Leute. Triple Celiacs ist halt ridiculous, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, wie gut wir da noch rausgekommen wären. Komm, ein guter Two-Drop? Nice, da ist der Questing Explorer wieder, um gutes Early-Game zu haben. Ich bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich ist es ein Merlock-Deck. Und bei Merlock-Deck ist es sehr, sehr schwierig, mit diesem Deck irgendwas zu machen. Gerade diese ganzen Aggro-Decks sind halt echt schwer Hand zu haben damit. Man versucht dann schnell irgendwie die Heels rauszupacken. Aber das funktioniert oftmals nicht, weil man gleichzeitig noch das Board kontrollieren muss. Weil es sonst absolut eskaliert. Das wäre natürlich schön, wenn wir uns mit unserem Mischief-Maker verschiedene Sachen von ihm klauen könnten. Aber da müssen wir halt wirklich viel Glück haben, dass wir genau die rausziehen. Einmal Scale oder sowas könnten wir da rauspullen, wenn es wirklich ein Aggro-Merlock-Deck ist. Und dann wäre halt die nächste Alternative dazu, dass wir irgendwie seinen anderen Spell da rausholen. Oder wenn es das Pharaoh-Deck ist, dass wir halt den Pharaoh rausholen. Das wäre halt übelst insane. Naja, mal gucken, wie unsere Chancen stehen. Theoretisch könnte es auch ein typisches Mek-Deck sein. Weil Mek ist ja momentan auch wieder gerade sehr, sehr beliebt und auch ganz gut in der Meta. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kann ich gerne nochmal nachgucken, damit ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle. Und dann war ich einfach momentan die Meta ein bisschen näher zu bringen. Christology. Ne, Murloc-Paladin ist momentan immer noch da. Und dann halt der Highlander-Mek-Paladin. Obwohl es ist nicht direkt Mek. Es ist halt irgendwie so ein Allrounder-Paladin. Ja, das ist doch für mich erstmal in Ordnung. Wir tauschen jetzt erstmal die oberste Karte unserer Bibliothek miteinander aus. Und schauen mal, was wir da Gutes ziehen werden. Ach ja, Leute. Ich war so gut vorbereitet auf den Priest, auf seinen Resurrect. Und dann kriegt er Triple-Seal. Das nagt ein bisschen an mir. Aber ich glaube, das kann man auch verstehen. Oh mein Gott, er spielt Drucker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Es wäre die perfekte Kombo gewesen. Oh mein Gott, ich hätte es so gerne einfach gespielt. Warte. Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen, ey. Habe ich die Möglichkeit, ich müsste was ziehen, womit ich was zurück in mein Deck schaffe. Wenn ich ihm das stehlen könnte, das wäre übelst nice. Das war jetzt gut für ihn gelaufen. Das ist sehr, sehr gut für ihn gelaufen. Okay. Wir haben aber genug Mass-Removal. Das Problem ist, er will uns halt One-Shotten. Ich weiß aber nicht, ob er das hinkriegt. Also, Shivala teilt ja... Ich weiß gar nicht, kostet 25 standardmäßig, gell? Ja, ich glaube, sie kostet 25 standardmäßig. Lens. Okay. Oh mein Gott, er spielt das Pharaoh-Deck, oder? Es ist doch das Pharaoh-Deck. Okay, dann schauen wir mal. Oh mein Gott, das ist einfach so ridiculous. Das ist so ridiculous. Oh, das ist so schön, Leute. Oh, das... Wisst ihr, und das sind die Plays, die ich sehen will von diesem Deck. Genau solche Sachen. Oh, das erfreut mein Herz. Das erfreut halt einfach nur mein Herz. Jetzt ziehen wir noch ein paar Karten. Er möchte halt schnell auf seine Combo-Pieces kommen. Oh, es wäre so gut, wenn wir das stehlen könnten. Einfach nur... Oh, das wäre optimal. Ja, das ist gut. Das ist gut. Mindvision. Mindvision. Shrink-Ray. Ja, wie gesagt, ich weiß aber, dass er Shivala-Kombo spielt. Deswegen ist es für uns ein bisschen uncool. Was ich eigentlich versuche, hier die ganze Zeit rauszuziehen, ist seine Baneful Banker, oder wie die heißen. Dass ich meine eigene Shivala-Komb irgendwo spielen kann. Aber dafür muss ich dann halt Shivala erstmal aufs Board kriegen. Für, sagen wir mal, ein Mana, dann den Baneful Banker drauf spielen, dann Holy, äh, und dann Holy Wrath. Und ein leeres Deck haben. Das ist halt noch das Problem. Wir können halt auch sein Deck nicht refillen, was uns halt nen... Das Gute ist halt, dadurch, dass wir jetzt halt diese Rüstung uns generiert haben, schießt er uns zwar, keine Ahnung, 30 Schaden oder sowas, aber es ist einfach scheißegal. Wir haben einfach so viel Rüstung am Start, das ist halt übel nice. So viel Rüstung und Leben, damit können wir auf jeden Fall Sachen machen. Meine Nase juckt gerade übel, ich weiß nicht mehr warum. Damit können wir halt einfach richtig gute Sachen machen. Consecration, okay, er tötet meinen 3-1, er zieht uns ein bisschen Rüstung ab. Er muss halt jetzt wirklich versuchen, da wirklich aggressiv reinzustarten. Man kann sich ja anders sagen. Chameleon, okay. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich einfach ein Masty Spell wasten sollte. Aber momentan scheint es für mich noch nicht relevant zu sein, dieses Masty Spell. Ich meine, wir sind momentan auf jeden Fall im Vorteil. Man muss einfach sagen, wie es ist. Und ich muss jetzt doch mal ganz kurz nachgucken, wie viel Chevala kostet Chevala. 25 kostet sie. Nicht, dass ich mich da irgendwie verrechne und dann doch geodicat werde. Das würde mich ein bisschen ankotzen, wenn ich ehrlich bin. Okay, er hat sie wirklich ready. Ah, Sadness. Wo ist meine Seance? Schnell, ich brauche meine Seance. Nein! Meine Chance. Es ist vorbei. Ah. Ah, maybe. Maybe Deby. Ähm, 9 Mana. Doch, das können wir machen. Oh, meine Chevala. Das sackt natürlich. Das sackt natürlich hart. Hm. Wir könnten sie alle silenzen, dann kriege ich aber trotzdem zu viel Schaden und das möchte ich halt nicht riskieren. Shivala stirbt auf keinen Fall, das heißt also, ich gehe doch darauf. Damit hat er jetzt ganz viele 1-1er, die wir im nächsten Zug einfach mass hysterieren können. Dass es halt wirklich schon geschafft hat, Shivala auf 0 zu bringen, ist übelst insane einfach nur, weil so viele Spells hat er jetzt eigentlich noch gar nicht rausgespielt, gefühlt. Ah, oder er hat sich durch Prismatic Lens gezogen, das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich gar nicht geguckt jetzt. Nochmal ein Echolot of Pain, geht jetzt natürlich Phase, möchte hier auch an dieser Stelle meine Rüstung platt machen. Wenn ich nur 1 Bailful Banker ziehe, Alter, dann schwöre ich es dir, dann ist es... Oh mein Gott, okay. Den Flash of Light gezogen. Ah, schön. Ähm, Silence Mars Hysteria. Dass er keinen weiteren Card Draw kriegt, alternativ würde er 8, würde er eine Karte overdrawn und das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das fände ich vielleicht gar nicht schlecht eigentlich. Overdraw mal bitte eine Karte. Komm, ihr hittet jetzt da rein, alle. Nein! Oh Gott, dang it. Aber eine Karte overdrawte er auf jeden Fall. Das ist, das ist okay. End turn. Na, Pyromance ist nicht das Optimum hier gewesen, aber es ist fein. Im nächsten Zug können wir Shivala spielen. Consecration. Okay, macht seine Shivala auch nochmal billiger. Zieht noch eine Karte. Möchte uns also kombon. Time Audit. Wisst ihr, wir haben halt die Combo auch selbst da. Wir holen uns jetzt einen Baleful Banker. Ach, God dang it. God dang it. Acht. Ich kann eben nicht zweimal ein Damage machen, gell. Shivala ready machen. Heal and turn. Wir müssen halt auf jeden Fall uns ein relativ gutes Polster ranholen. Das ist halt übel wichtig. Und Chameleon kann sich noch in den Baleful Banker verwandeln, was für uns ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Weil wenn er halt einmal seine Shivala-Kombo durchkriegt, er schießt uns insgesamt 50 Schaden theoretisch. Und das ist eigentlich zu viel momentan. Wir können uns keine zusätzliche Rüstung machen. Er spielt nochmal einen Time Out. Okay. Er spielt hier auch sehr, sehr viele Karten raus. Er möchte es jetzt also auf jeden Fall wissen. Wir gehen hier auf Mind Vision. God damn it, Alter. Why? Ja, predetable, Alter. Chevala Kangor Kill Heal um 14 Dang it, ich hätte die Hero Ability nutzen können Ist okay, wir werden nicht sterben Ist okay Nur wir haben halt immer noch kein Ding gezogen Und ich weiß nicht, ob er seine Kombo schon auf der Hand hat Also er zieht jetzt nochmal 2 Karten Dann hat er noch 2 Karten in seinem Deck Dann holen wir uns über Azelina Seine Hand Wir wollen uns über Azelina seine Hand und töten ihn Ist es möglich? Ich bräuchte noch ein Timeout Azelina Timeout funktioniert aber Er hat aber beide Timeouts schon gespielt Könnte kritisch werden Könnte sehr sehr kritisch werden Er braucht aber 2 Züge Minimum um uns zu OT Kane Weil er muss Obwohl, nein, er kann uns gar nicht doppelt OT Kane Er zieht ja eine Karte damit Das heißt also, solange wir uns einfach weiter healen Das ist eigentlich alles okay, Leute Solange wir uns weiter healen und unsere Rüstung Standhaft bleibt Macht er uns 25 Schaden, weil er einen Bailful Banker schon rausgespielt hat Und ich glaube, das hat er auch rausgefunden Weil er jetzt nämlich Hier innerlich schon conceded hat Komm, jetzt Bailful Banker Ich möchte Jawohl Jawohl, Leute Ja, er hat es gemerkt Dass er das nicht mehr hätte gewinnen können Wisst ihr, wenn er jetzt noch den 2. Bailful Banker mit am Start gehabt hätte Hätte ich gesagt, okay, fine Es hätte auf jeden Fall funktionieren können Weil ihr müsst euch einfach mal überlegen Er muss mir momentan Wenn ich mich voll heile Ich habe 19 Rüstung Oder sagen wir mal 15 Rüstung Weil er mich jetzt ja noch gehittet hätte 15 Rüstung plus 30 Leben Das heißt, so 45 Damage muss er mehr schießen Aber seine Schirwala Die er nur einmal in sein Deck reinpacken kann Wieder, weil er schon einen Bailful Banker Verschwendet hat auf Schirwala Ist nicht ausreichend Das wären nur 25 Damage gewesen Und er hat keine weiteren Karten mehr In seinem Deck gehabt Die hier irgendwie was machen können Zusätzlich haben wir ja über den Mischief Maker Einmal sein Sein Hier Draw a Card Und schießt er so viel Damage Auf das Target, das du anzielst Haben wir ja schon weggenommen Das heißt, er könnte nur einmal schießen Und 25 Damage machen Und hätte das Spiel damit automatisch verloren Wir haben es also geschafft, Leute Das Steel Deck Hat einen Win rausgeholt Und ich bin wirklich fasziniert Weil genau sowas soll es halt machen Irgendwelche Combo Decks Das komplette Value einfach nur wegnehmen Und ich muss sagen Es hat wirklich Spaß gemacht Und wir sehen uns dann gleich Im Resümee Eins muss ich natürlich zu diesem Deck sagen Es macht ungemein viel Spaß Wenn man gegen irgendwelche Combo Decks spielt Und ihnen dann die Combo aus dem Deck herauszieht Und sie, so wie jetzt im letzten Spiel Wirklich keine Chance mehr haben Gegen euch zu gewinnen Dann natürlich noch so High zu rollen Mit verschiedenen Karten Wie Madame Lazul oder Camellios Ist einfach ultimativ nice Psychpomp hat ja auch einen guten Job gemacht Über Resurrecten Aber im ersten Game war es halt nicht so optimal Oder im zweiten Game Ich weiß es gar nicht mehr Wo der Pomp sich immer wieder selber dann beschworen hat Wo der Gegner dann die Triple Ciliacs rausgekriegt hat Das ist halt einfach Manchmal hat man Pech Manchmal hat man Glück Aber so ist es halt einfach in einem Kartenspiel In einem Kartenspiel, wo ein Random Factor eine sehr, sehr hohe Rolle spielt Ich denke auch, dass Azelina wirklich gut sein könnte Gegen irgendwelche Combo Decks Wenn ihr euch eine Kombo lange Zeit auf der Hand vorbereitet Oder besser gesagt der Gegner halt Und ihr klaut ihm dann seine Hand Und könnt es im nächsten Zug genauso rausspielen wie er Ist es natürlich Optimum Gerade gegen diesen OTK Chevala Paladin Ist es halt ultimativ sick Weil ihr nämlich Azelina plus dann noch dieses Timeout spielen könnt Das drei Mana kostet Und dann geht ihr im nächsten Zug off Ist halt super, super sick Ich bin mir noch nicht ganz sicher Was ich davon halten sollte Dass die Quest in diesem Deck ist Weil ich hatte jetzt das Gefühl Sie hätte das ein oder andere Show noch ändern können Ja Aber es war jetzt nicht so Dass sie so overpowered war Gerade gegen das Game Gegen den Resurrect Priest Wo wir uns dann theoretisch hätten healen können Wenn die Ciliacs nicht mehr rausgekommen wären Wäre es gut gewesen Sehr, sehr gut sogar Aber jetzt im zweiten Matchup Haben wir es eigentlich überhaupt nicht gebraucht Wir haben uns konstant über verschiedene Sachen Einfach weiterhin Einfach im Spiel halten können Sehr, sehr viel Removal mit am Start gehabt Sehr, sehr viel traden können Und der Gegner hat halt auch relativ wenig Chancen Unsere Board überhaupt zu handeln Da wir seine eigenen Karten rausgespielt haben Und darauf ist halt meistens niemand vorbereitet Ja, ich fand es trotzdem ein sehr, sehr lustiges Fundeck Ich hoffe, euch hat es auch gefallen Wie ich es schon angesprochen habe Lasst gerne einen Daumen nach oben da Schreibt was Schönes in die Kommentare Zum Beispiel neue Decks, die ihr gerne sehen würdet Und lasst auf jeden Fall für mehr Haarstone ein Abo da Haut rein Bis zum nächsten Mal dann Türolü 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 Türolü